Der Fall des entführten vietnamesischen Geschäftsmanns nimmt eine neue Wendung. Nach einem Bericht der FAZ gehen die Berliner Ermittler davon aus, dass der Mann nach seiner Entführung durch vietnamesische Geheimdienste in die Slowakei gebracht wurde. Von dort wurde er offenbar mit einer slowakischen Regierungsmaschine nach Vietnam ausgeflogen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens waren vietnamesische Minister zu Gast in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Zudem sollen sich auch einige mit dem Fall im Zusammenhang stehende Verdächtige dort aufgehalten haben. Der Geschäftsmann hatte 2016 politisches Asyl in Deutschland beantragt. Im Juli 2017 war der frühere Parteifunktionär zusammen mit seiner Lebensgefährtin in Berlin auf offener Straße in ein Auto gezerrt worden und verschwunden. Später tauchte er in Hanoi wieder auf. Dort wurde er wegen Korruption zu zweimal lebenslänglicher Haft verurteilt. Der Fall belastet die Beziehungen zwischen Vietnam und Deutschland. Die Bundesregierung wirft dem südostasiatischen Land vor, gegen deutsches und internationales Recht zu verstoßen. Vietnam dagegen behauptet, dass der 52-Jährige freiwillig in seine Heimat zurückgekehrt sei. Genau, wir sehen uns gut, dass der 4-Jährige freiwillig in der Zeit ist, Untertitelung bei der Korrupt kamarka silly. Untertitelung des ZDF, 2020